so leutung herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es eine batterie die gibt es schon ein bisschen auf dem deutschen markt und zwar die kapstadt von nico eine schöne kleine batterie aus der first class zumindest steht hier so drauf soll natürlich ein bisschen imposanter wirken durch das first class richtig schöne batterie mit schönen feuertöpfen brokatfeuertöpfen viel crackling und auch schön weiden was war das brokatkron stand drauf mit spitzen mit bunten spitzen 288 gramm haben wir auf das schöne gerät hier guck mal auch noch mal schnell rein so sieht es aus bei nico wieder mit dieser schönen roten folie und ja ich würde sagen ohne lang zu zögern gibt es jetzt die kapstadt von nico feuerwerk ja viel spaß damit nico kapstadt der zwei feuertöpfe und richtig schöne brokatkronen was geht denn nico gibt es schon so lange und auch hammer batterie leute wirklich kaufen und dann geht's die 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 die